Hier gibt es philippinis Glacé. Hier gibt es einen Ballonstand. Hier gibt es Blumen für die Mutter. Muttertagsblumen. Mami, alles Gute zum Muttertag wünsche ich dir mit dem Video. Und mit den Blumen, die du hier siehst. Das sind Muttertagsblumen. Das Läden in die Schweiz schicken. Das ist einfach zu gut. Ich habe hier ein Ballon. Annas Cake. Dekos und Party. Ein Blassoxchen mit. Ich kann ein Cyber Gate tun. Ein Cyber Gate. Ich glaube, das ist die Fronin oder die Heilstadt. Das ist ganz objekt. Das ist ganz objekt. Linfjan CA Deshalb bin ich dein Ziel aber auch kommt. Das kann ich in die Battleную. Der war vorhin in Obindolz, im Zirkel von Gaufechseln. Dann habe ich gesehen, dass hier ein Gratis-Bus hier hinfährt, auf Deutsch gesagt. Dann bin ich einfach hier eingestiegen und bin mit dem Essens Inside hinten. Da kann ich für 25 Pesos nachher wieder in die Stadt fahren, zum Essens im Südde führen. Und dann nachher, ja, kann ich mich wieder reifen.